Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TechTown, heute mit Phipps, wer hat er das gedacht? Oh Gott, nach einem Monat. Ja, nach einem Monat. Ich bin bei mir unten im Keller und da kommst du jetzt bitte auch hin. Nee, ich kann gerade nicht. Ich kann mein Haus reparieren. Brauchst du auch noch ein Torso, weil dann brauche ich auch noch ein bisschen Zeit. Diese Brustplatte, brauchst du die auch noch? Nee, ich habe ja ein Jetpack. Ja, aber falls du mal gegen irgendwas stärkeres kämpfst, wäre schon ganz gut. Ach Quatsch, das reicht so. Ich bring sie dir hoch. Mist, persönlich, das ist ja eine Ehre. Kannst du mal sehen, muss ich das machen. So, jetzt bin wir mal hier beim Phipps. Guck hier. Kukident, so, bitteschön. Nun, danke. Yes. So, ich habe deine Solarpanne geklaut, ist aber kein Problem, komm mal, weil wir können ja neue herstellen. Und zwar machen wir das folgende Mal. Dann, seh mal zu. 128 Electronic Circuit Request Successful. Das ist geil. Weil, weiß nicht, wer wundert, warum mein Inventar ein bisschen umgestaltet war. Ich habe offscreen nur ganz kurz ein bisschen was gemacht. Ich habe ja die Farmen ein bisschen, ähm, ja, verbessert. Und zwar haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Leder. Wie viel Leder haben wir denn? Oh, 489, okay. Requestest du gerade was? Äh, ja, Electronic Circuit. Dürfte aber eigentlich funktionieren, soweit. Ich durfte es auch noch requesten können. Ja, ich frage mich gerade, wofür du eine Portal Guns Nether, äh, Gun, Nether Star Wars brauchst. Portal Gun, du brauchst für alle Portal Guns grundsätzlich, ähm, einen Neter, Neter Stern. Oder? Ja, brauchst du. Oh, den Neter Stern kriegt man ja bekanntlich nur von einem Wither. Das heißt, wir müssen einen Wither töten. Irgendwann. Jetzt, demnächst, irgendwann mal. Das heißt, wir müssen Köpfe sammeln. Aber das machen wir alles im Neter dann. Ähm, aber vorerst. Ähm. Achso. Was denn? Ja, ist schon gut, schon gut. Vorerst, ähm, wollte ich noch was machen. Und zwar, wie sieht es denn hier aus? Akku, die kommen gerade. Wie sieht es denn mit den Solar Panels aus? Was brauchen wir denn alles? Cool. Was für ein Miniatur Ding jetzt. Braucht man das? So. Okay, okay, okay. Ähm, davon drei und... Davon drei Stacks und... Brauchen wir sonst noch? Drei Stacks Refined Iron. Wo haben wir denn Refined Iron? Zack. Solar Panels. Iron Fern. Das heißt, wir brauchen acht Stacks Iron noch. Oh, das wird ja richtig teuer. Um Gottes Willen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zack, 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 zack. So. Was machst denn du gerade? Bist du produktiv? Ich gucke mir gerade an, was du hier für Mist gebaut hast, während ich weg war. Wo, genau, habe ich Mist gebaut? Ob mein MFE noch da ist? Ja, ich weiß das nicht, ob dein MFE noch da ist. Warte mal, hier steht dein MFSU. Deine Badbox steht noch da, dein MFE ist, glaube ich, weg. Da unten steht ein Creeper. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob der unter dem ganzen Holz und so war, oder? Wer? Der MFE? Achso. Ja, genau. Ich baue dir einen neuen MFE, also MFE ist ja nicht teuer. MFE ist ja easy. Willst du einen neuen? Nein, dann baue ich dir schnell an. Der dürfte eigentlich gar nicht weg sein, weil der hier gar nicht an der Oberfläche war. Achso, der ist nicht an der Oberfläche gewesen. Ich weiß ja nicht, wo du deine MFSU versteckst. So, Iron, 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 Iron. Doch, es war ein MFW. Aber warum ist der explodiert? Anscheinend hast du mir doch schon so viel Druck auf die Leitung gegeben. Hahaha. Höhöhöh. Lol. Eigentlich nicht. Was habe ich denn in der Lasse? Recycler? Reserator? Wie macht man das denn? Iron Gear haben wir schon mal gut. Dann brauche ich noch vier Gold. Wer ist denn dieser Ofen nochmal? Und wir hören uns. Dann gehe ich kurz mal darüber. Das System funktioniert gleich mal nicht. Für einen ganz kurzen Moment. Was kann ich hier? War das die Provided-Logastik-Pipe? Ja, Provided-Logastik-Pipe. Der System funktioniert jetzt nicht. Okay, okay. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, ja. Hast du geschnallt, ja? Ich bin nicht schwerhörig. Sag ich schon. Sag ihm, dass du... ...fiffst bist. Iron Ingot. Ich habe auch keine Rohstoffe mehr hier. Du solltest dich eventuell ein bisschen beeilen. Habe ich schon. Das System ist gleich ungefähr zehnmal schneller. Als vorher. Ach, da habe ich auch so einen. Provided-Logistik-Pipe MK2. So, jetzt... Nein, jetzt nicht. Request mal was. Äh, ich kann grad nicht. Warte. Dann war er ja nicht. So. 3, 2, 1, so. Redstone. Zwei Stück. Request. Okay, zwei Stück ist jetzt kein Problem. Das konnte er ja vorher schon. Aber jetzt... Brauch ich grad nicht. Liefert er das stackweise. Haben wir Eisen? Ja, mehr als genug. Iron. Ich muss dann auch mal nach unserer Query gucken. Die habe ich ausquartiert. Und jetzt müssen wir noch mal neue Biome laden, weil ja jetzt noch zwei neue Mods dazu gekommen sind. Einmal Thaumcraft. Da baue ich dann... Ich habe mir überlegt, wir können hier hinten, in die Ecke, wo früher hier das mit den ganzen Energieversorgungen so stand, da können wir jetzt so eine kleine Zauber-Ecke hin machen. Da bauen wir drei Zaubertische für uns alle und Rohstoffe kommen da hin und hast du nicht gesehen. Auch noch zwei, so ein System, was die Items providen können und so weiter. Das wäre eigentlich ganz geil. Oder? Mhm. Wenn du das sagst. Ich finde das ganz nice, so ungefähr. Was war nochmal der Unterschied zwischen Electric Fernance und Induction Fernance? Induction Fernance ist schneller, viel schneller. Dann mache ich mir doch gleich so ein. So, Iron Fernance. Warte mal. Haben wir ja schon was geschafft jetzt. Batterien brauche ich noch, siehst du noch. Dann brauchen wir nämlich, jetzt brauchen wir, jetzt können wir das mal nutzen. Hast du noch zwei Carbon-Platten? Ähm, ich kann ja welche machen. Ich habe hier unten Overclocker Upgrades im Dingens. Ja, zwei Stück brauche ich noch. Ja, ich kann ja gleich mal ein bisschen mehr machen, weil die brauchen wir ja sowieso mal. Ähm, Tin. Bisse. Kein Tin mehr, doch. Ich ziehe hier 7000 Tin. Ja, das wird reichen. Redstone. Und zwar, äh, ne, eins der Kabel. So. Ja, jetzt geht das schon mal viel, viel schneller. What the fuck. Nur auf die Kabel warten. So, da sind die Kabel. So. Alter, Fips, ich finde unser System ist echt, äh, schnieke. Schnieke? Es ist schnieke, weil es schnell ist. Okay. Und schnell ist schnieke. You know. Etwas, ja. So. Ist das jetzt fertig hier? Ja. Ich habe gleich nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube, 8, äh, LV Solar Penals zusammen. Ne, äh, LV Solar Arrays. Jetzt brauchen wir noch hier, LV Transformer. Copair. Und ein bisschen Holz. Brauchen wir noch, äh, Rubberwood demnächst. Oder haben wir noch genug Rubber? Ich weiß es gar nicht. Rubber. Wir haben nur noch 64, 74 Rubber. Okay, es wird eng. Dann muss ich wohl wieder mal in den Dschungel und ein bisschen holzen. Weil wir holzen. Wenn wir holzen. Weil, wenn wir durch die City holzen. Ja, geliebt dann. Weil wir holzen. So. Wir haben 64 Stück, kann ja nicht schaden. Was man hat, hat man. So, ich habe jetzt 8 LV Solar Arrays. Damit muss ich erstmal alles Nötige bestücken. Und dann kommst du dran. Erstmal so. Ich, ich mach gleich meine eigenen Sachen bei dir. Nein, ich, ich geb's dir gleich. Ich geb's dir gleich richtig hart. Ich muss nur vorher hier das System aufrechterhalten. Und die Bedbox versorgen muss ich sowieso anders machen hier. Da muss ich auch noch ein MFE anschließen. Na gut, dann machen wir das gleich anders. Okay. Einen MFE. Das ist ja nicht so schwierig. Es sind Tom Cruise. Sind da diese Zauberschäbe dabei? Ja. Sag mir bitte nicht, Alter. Sag mir bitte nicht. Oh nein. Warum? Fiete Biest habe ich dir so verdammt erforscht. Das glaubst du ja nicht. Das haben wir, glaube ich, zu dritt gespielt, ne? Ja, haben wir. Es ist ja nicht schwierig. Ich hab da nicht nochmal Bock drauf. Es ist ja nicht schwierig, die zu erforschen. Und ich kann sie dir auch herstellen, wenn ich sie erforsche. Wenn man die Rohstoffe hat, dann ist es wirklich nicht schwer. Aber die ganze Zeit darauf zu klicken und zu warten. Ja gut, wir haben ja die Rohstoffe schon ein bisschen auf. Naja, dann nicht mehr. Nur, wenn wir die Query immer wieder umstellen. Was würde ich denn jetzt mal ein MFE, glaube ich? Erstmal einen Stick hole. Ja, da wollte ich überhaupt nicht lang. Energies, so. Wo hast du denn hier deinen Pulver... Ne, 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 ich der Pulverurizer. Mesurator. Wo hast du denn deine Overclocker drin? Ach, du hast mir schon welche gemacht. Sag das doch. Ich hab dir da unten Overclocker reingetan. Das ist mein Dings. Oder waren da noch welche drin? Da waren schon 6 Karbonplatten. Ach so. Ja, die hab ich nicht gemacht. Warum hab ich die eine gemacht? Die klau ich mir, ne? Ja, ja, klau mal. Klau ich mir trotzdem. Cool, das Zeug kommt jetzt echt stackweise hier ran. Das ist ganz nice. So, machen wir das. Hab ich denn den Maschinenblock schon irgendwo? Ja, hab ich. Tatsache. Tatsache. Das glaubt mir ja keiner. Ähm, Furnance. Kupfer brauch ich dafür. Hab ich Kupfer? Ähm, I don't know. Ähm, Maschinenblock. Refined Iron. Ich hab nicht mal ein Refined Iron. Äh, nicht mal. Nicht mal. Refined Iron. Nicht mal. Das ist ja schlimm. Ich hab nicht mal ein Electric Furnance, Mann. Schweine rein. Das kann ich angehen. Wie, wie kann es dieser Shuntart kommen? Das frag ich mich auch. Oh, jetzt hab ich 20. Wie kann es der Shuntart kommen, dass wir keinen Rubber mehr haben? Das ist scheiße. Natürlich haben wir noch Rubber. Aber nicht mehr viel. Das ist bald alle. Haben wir noch Rubber Saplings. Toll, wir müssen in den Dschunglern einfach wieder so einen riesen Baum abholzen. Dann mal viel Spaß. Da musst du mir sowieso helfen, weil ich nicht so viel tragen kann. Aha, der war gut. Du musst. Also ich muss schon mal gar nichts missen. Du musst immer gar nichts, ja? Das ist alles... Ähm... Nur geklaut. Alles nur geklaut. Wie lange haben wir eigentlich? Ich bin die Glasfaser-Kabel schon für dich gemacht. 14 Minuten. Wir können ja eine Pause machen, wenn du möchtest. Ja. Dann kann ich mir mal im Gymnasium schnauben. Dann machen wir das. Okay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns wieder. Ja, auf. Tschüss. 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 Tschüss.